Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Oh verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Genau. So heißt das Spiel. Oh mein Gott, verdammt, wie konnten wir das nur tun? Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Können wir irgendwas bauen damit jetzt? Immer noch nicht. Ne Klinge auch nicht und... Wir können nichts bauen, wir sind so ein armen Scheißer. Jetzt sollten wir hier schnellstens abhauen, heißt es. Also werden wir das mal tun. Äh, ja, nee, nur nicht hier lang. Oh, da geht's lang, Ellie. Da lang. Ah, wir können auch richtig schön... Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Okay, da wird rumgeschossen. Jetzt lauf einfach weiter. Und da hat es sie erwischt. Da war Tess einmal, da hat man ihren Kreischen gehört, so ganz leise im Hintergrund. Ach du Kacke. Oh. Sie liegt da, verdammte Axt. Wir sollten uns hier jetzt schnellstens verpissen. Ja, das sehe ich auch so, dass sie bald hier sein werden. Deswegen sehe ich ja schon zu, dass wir hier wegkommen. Warum nicht noch was? Medikamente. So, dann mal hier rüber. Okay. So, ich glaube, jetzt kommt ja sogar schon was mit dem Medikamenten anfangen. Genau. Lausch ist alles. Die machen wir auch mal direkt ausgebaut. Weil, wie gesagt, wir werden da ein bisschen intelligent rangehen. Da ist lauschen vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, okay. Ein dickes Gewehr. Das ist ein Karabiner, um genau zu sein. Jagdgewehr, okay. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Vier Stück. Okay, ich sehe in diesem Bereich nach. So, Flur absuchen. Zeig dich, Versprengter. Okay, der geht da lang. Der geht da lang. Okay, den da müssen wir als erstes mal ablenken. So, jetzt schleifen wir hier rüber. So, hier hin. Okay, der steht da. Wo sind die beiden da im Raum? Das gefällt mir, dass ich die nie sehen kann. Ich hab da schon die... Ach, da, okay. So, weg damit. So, den hätten wir schon mal. Da ist der andere. Da hinten sind die beiden. So, ich muss das aber jetzt mal drauf machen. Schönen Sie nicht aus? So, ich weiß das nicht aus. So, das muss ich es auch. So, ich weiß 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 es auch. Das war's für heute. Das musste natürlich sein, dass der jetzt von hinten kommt Ich hab's mir gerade noch so gedacht Ich seh den nicht, wo könnte der sein? Naja, hinter dir vielleicht Okay, das Gewehr ist nicht allmächtig Okay, jetzt schleichen wir uns mal schneller hier rum, dass wir den da vorne kriegen So Dann schleichen wir uns hier immer wieder zurück So Ich loten nochmal da hin Zwei Okay, der hat mich gesehen Alter Okay Okay, 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 okay Okay What the fuck, hat der mir jetzt echt einen Headshot gesetzt? Oh man Aber ich hab mich diesmal so gut angestellt Du, schau dich da drüben um So Der kommt jetzt hier hin, genau, so So Damit wäre der weg Der sieht uns nicht Oh, der da ist gefährlich So Auch weg mit dir So Jetzt bleibt dir noch der eine übrig Halleluja So So Und Weg damit. Halleluja. Ohne eine Kugel hier zu verschwenden. Geht doch auch so. Haben wir hier noch was? Ja, äh, Pillen. Nehmen wir mal mit. Ah, geht doch. Man muss sich nötigend anstellen und so, dann klappt das auch und ein bisschen Glück haben. Also mit dem Dummesgott eine ganz dumme Hilfe da. Ne, das sag ich ja schon immer. So. Schleichen wir mal weiter, weil ich hab keine Ahnung, wo viele hier noch sind. Okay, hier ist auf jeden Fall nix mehr auf dieser Etage, denke ich mal. Oh, da kriegen wir ein Brett. Das find ich gut. So, das Brett nehmen wir mit. So. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ja, sind bestimmt wieder ein paar. Oh man, noch mal vier Stück. Wir sind ein bisschen. Gucken wir hier mal. So, den machen wir mal kalt. Mist. Da. Nächster. Er sieht das nicht. Noch mehr hinter dir. Oh nicht. Alter. Greifen Sie am Fein am Bummi, als mehr die Schussschild zu benutzen. Okay. Ja, ne. Ah, das war gerade heftig. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Von vorne und von hinten. Was ne miese Kacke. Das machen die aber scheinbar gerne. So, jetzt erstmal den hier schnell erledigen. Der kommt jetzt hier rein. Die haben ja so in ihrer halbwegs festen Muster. So, das sind doch ein paar mehr als gedacht. Dann müssen wir uns hinten um die in einem anderen Raum kümmern, okay? Norden sicher. Kein Ziel. Halte die Stellung. Siebel. Du hast mich. Okay. Ja. Ja. Geht der nicht in Deckung, ey. Wieso? Ich wollte ihn greifen. Wieso hat der den nicht? Jetzt kommt die Steuerung, Leute. Jetzt kommt die Steuerung. So, jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Eins. Boah, das sind so viele, ey. Das ist ne miese Kacke. Das ist ne richtig miese Kacke. So, den greifen wir jetzt. Wieso? Ja. Okay, sonst hat's keiner gesehen. Habe ich noch? Ja, ich hätte noch. Mann, ist die KI intelligent. Die weiß ja, wann ich mal... Ah, Mann, ich habe noch das Medipack. Dass ich den aber gar nicht greifen konnte, war ja wohl echt... Ich kann den von hier greifen, aber nicht von da. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit, ne? Kommen wir dem mal ein bisschen zuvor hier. Oh, Ellie, was machst du denn da? So, der kommt jetzt hier lang. Ja, und... Okay. Ah, ja, ähm... Okay, ich weiß jetzt, wie ich das mache. So, jetzt gehen wir hier hin. Dann schnappen wir uns gleich den. So, jetzt kommen die hier lang. Und dann gehen wir einfach dran vorbei. Ich habe keinen Bock, die jetzt alle umzubringen. So, jetzt gehen wir einfach... Oh, verdammt! Oh, verdammt! Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Alter! 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 Alter, musste der jetzt da lang kommen! Also, mach ich das, das klappt so. Ich muss dann nur da schnell durch. Alter! Ich weiß nicht, wie viele es sind. Dass da noch drei Stück dann gekommen sind, ey. Das war ja wohl echt jetzt eine fiese Sau. Okay, jetzt haben die uns gesehen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. So, komm her, Penner. Alter. Okay. Okay. Okay, jetzt sind noch die im Foyer da, aber. Okay, fünf Kugeln bekommen. Okay. Ah, die haben auch Kugeln. Okay, das ist schon mal wieder ganz praktisch. Das ist schon mal praktisch. Okay, wir haben noch die Flasche. Das ist auch gut. Dann haben wir noch einen Schuss im Karabiner. So, ich will die jetzt hier mal weglocken. Hier sind noch zwei Stück. Okay. Okay. Da sind noch zwei solche gepanzerten, ey. Ja, ja. Komm raus, du Feigling. Wo bist du, du Mistkerl? Ja, weg mit dir. Okay, da ist der Letzte. Da ist er. Der steht da. Okay. Alter. Alter. Schwede. Da. Die Kugel. Vier verdammte Kugeln. Oder was hat der jetzt gebraucht? Alter Schwede. Alter Schwede, wir sind raus. Hula, die Waldfee. Ich sage jetzt erst mal ich sage jetzt hier erst mal wieder ciao, ciao, Leute, bevor wir weitergehen. Boah, es hat mich jetzt ja wieder... Ah, ne, ja.